Ist es Dida, Dida, Dida oder Dida oder Dida? Nein, freitags ist sie Nida. Latein einfach erklärt die Pronomina Hig und Ille. Ihr kennt ja bereits das Demonstrativpronomen Is, Er, It. Nun folgen zwei weitere hinweisende Pronomen, nämlich Hig, Heg, Hock und Ille, Illa, Illut. Zunächst zu Hig, Heg, Hock. Die Bedeutungen sind dieser, diese, dieses und manchmal auch folgender, folgende, folgendes. Aber merkt euch vor allem dieser, diese, dieses. Es wird wie folgt dekliniert. Im Singular haben wir für Maskulinum, Femininum und Neutrum im Nominativ Hig, Heg, Hock. Im Genitiv Hoyos, Hoyos, Hoyos. Im Dativ Hoig, Hoig, Hoig. Im Akkusativ Hunk, Hank und wieder Hock. Und Appellativ Hock, Hock, Hock. Der Plural lautet Hi, He, Heg. Horum, Harum, Horum. Hies, Hies, Hies. Hos, Hars, Häk und wieder Hies, Hies, Hies. Das Demonstrativpronomen Ille, Illa, Illut bedeutet Jener, Jene, Jenes. Es wird wie folgt dekliniert. Im Singular Ille, Illa, Illut. Illios, Illios, Illios. Ili, Ili, Ili. Illum, Ilam, Illut. Und Illo, Illa, Illo im Appellativ. Im Plural haben wir Ili, Ille, Illa, Ilorum, Ilaro, Ilorum, dreimal Illis, Ilos, Ilas, Illa und wieder dreimal Illis im Appellativ. Wie werden diese Pronomina im Lateinischen nun verwendet? Hig, Häk, Hock bezeichnet eine Person, die dir räumlich oder zeitlich näher ist. Also zum Beispiel Häk, Amika, diese Freundin hier in meiner Nähe. Illa, 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 Illut bezeichnet dagegen etwas, das sich in größerer zeitlicher oder räumlicher Entfernung befindet oder das berühmt ist. Also zum Beispiel Ille, Imperator, jener berühmte Kaiser. Oder Ille, Wir, jener Mann, der weit entfernt ist oder schon lange nicht mehr lebt. Das war's auch schon wieder. Mehr ist da nicht. Also ist es die da, die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ist es die da, die mit dem dicken Pulli anmann? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Latein einfach erklärt die Demonstrativpulner Hig und Ille.